So, wir sind hier bei den Lebkuchenhäusern. Dieses Jahr konnten wir das nicht machen, weil wir zu spät waren, aber wir können es anschauen. Hier haben wir zum Beispiel die Hänsel und Rätsel gemacht. Und hier unten haben die Zauberer von Utz gemacht. Oder das hier. Das sieht auch schön aus. Das ist ein Thema. Ja, also das ist ein Thema. Hier unten haben die das auch ganz schön gemacht. Und hier haben wir, glaube ich, den grünen Utz oder eine Burg. Und hier sind die hier bei den Dings, da wo ihr ein Herz kriegt. Und hier überall Süßigkeiten. Und hier, seht ihr, ich glaube, hier, wenn ihr hier näher kommt, da ist die rote Hexe mit ihren Schuhen. Und da ist, ähm, Dings, Lego. Das ist ein Lego Movie eigentlich. Und hier ist ein bisschen Chaos. Jetzt gehen wir weiter. Hier sind viele Sachen schon angemalt. Zum Beispiel ist das von Lego Duplo ein paar Sachen. Und das ist ganz schön gemacht. Oder das hier mit ihren roten Schuhen. Oder das hier mit so Monsteraugen. Und da ist eine Hexe. Und da ist es auch. Das ist eine Puppe. Also hier haben wir den Schloss. Da ist, glaube ich, eine Figur runtergefahren. Ähm, und der hier. Und da sind ein paar Sachen angemalt. Und hier ist eine Puppe. Wir gehen weiter. Und da oben ist ein Regenbogen. Mit da hinten ein Elch. Hier seht ihr, da ganz hinten ist sein, der arme Elch, ist sein Bein gebrochen. Und hier haben sie da im Winterdorf oder, oh, das ist lecker, ähm, Lollipops. Yum, yum, yum. Und hier ist wieder der grüne Schloss. Da hinten ist der Regenbogen. Und hier ist leider ein Haus runtergefallen. Und hier haben die, ah, diese, diese, diese Kekse sind meine Leckersüßigkeiten. Und hier haben die noch was geschrieben. Zu den Strohmannn, Verstand. Und zu den Löwen, Mut. Und hier haben die eine kleine Haus gemacht. Und hier haben die, haben, haben die wieder hier das Haus vorne gemacht. Und da ist einfach so ein Schitterabhaus. So, wir gehen weiter. Hier haben die auch weitergefallen. Da haben die so eine Burg. Oh, da haben die ein süßes, kleines Auto gemacht. So ein Weihnachtsstor. Und da ist Hänsel und Krize. Und da haben die so ein Labyrinth gemacht. Hier ist wieder der Löwe. Und hier ist sein Tor mit voller Bummi-Dämpchen. Hier sind die roten Schuhe. Und der Strohmannn und der Löwe da. Und hier ist wieder das Schloss. Und da ist wieder der Schloss, aber in einer anderen Farbe. Und hier sind die bösen Bäume. Und da sind wieder die Schuhe. Oh, sieht man. Da ist noch ein klitzekleines Häuschlein. Da haben die die roten Schuhe gemacht. Und hier sind die die laufenden mit Todtuch. Hier haben die schöne Häuser gemacht. Und da vorne ist, glaube ich, ein Turm oder ein Läufturm. Und hier ist wieder Zauberer von uns. Oh, da haben die sonst eine Lego-Form gemacht. Seht ihr hier? Da. Oder vielleicht ist es eine Lego-Füger. Und da haben die dann so drauf Dings gemacht. Und hier haben die so die Schatten gemacht. Und, ach ja, ich weiß, was das ist. Der Tornado verschluckt den Haus. Hier fliegt der König weg. Und da ist Cindy. Ja, das sind alle Süßigkeiten, außer ein paar. Ein paar haben die so getan. Hier unten gibt es auch wieder die vier Freunde. Ja. Diesmal ist es kein Süßigkeiten. Diesmal ist es mehr. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Und das ist auf jeden Fall kein Süßigkeit. Das ist Stickys. Das sind Stickys. Hier ist der Ort. Ein blauer Ort. Das ist ein bisschen. Ach, du meinst. Ja. 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 Der Ton hat wieder den Haus. Und hier haben die Fahnen gemacht. Und hier haben die Fahnen gemacht. Und hier haben die Fahnen gemacht. Und hier ist wieder Playmobil. Morgen werde ich Livemusik machen. Hier in Weihnachtsmack. Hier ist wieder Playmobil. Und hier ist Papier. Und das wieder Papier. Und hier haben die Fahnen gemacht. Und hier haben die Fahnen gemacht. Und hier haben die Fahnen gemacht. Und wir sind hier im Kieler Weihnachtsmarkt. Und hier haben die Fahnen gemacht. 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 Und die Fahnen gemacht. Okay. Beine Schäfer verteilt. Puh, dreimal gewichelte Schneekuppeln. Heute hätten wir es fast nicht mehr in vieler Weihnachtswochen geschafft. Wir haben gebacken, gebastelt, gezimmert und gemalt, was das toll wird. Dann haben wir alles schon eingepackt und eifrig auf den Hofenschiffen gestopft. Und plötzlich machen wir's. Zu schwer. Der Schiffen ist in tausend Teile zerbrochen. Total schade. Was sagen nur die Kinder in Kirchen, wenn es dieses war dann noch kein Geschenk wird. Wir wichen da ganz traurig. Weit und breit keine anderen Schilden im Gesicht. Darum unter Vertreter. Auch die Rentierer waren schwer verliegt. Walter hat die Engel gefragt. Doch die mussten im Himmel verziehen. Wir hatten heute mit ihr Gänzenfliegen. Aber die hatten auch zu dem Haar getroffen. Wolf wäre gerne mit der Elfmann gekommen. Aber die? Einfach spät. Tja, und dann hat sich unser Kleinster zu Wort gemeldet. Fragt mir doch mal unseren Chef, den Weitmann. Und der hat dann die Idee. Nach Glück kommt man doch wohl am besten mit einem Schiff. Und da, liebe Leute, finden wir nun mein Ferientierer und unser stolzes Luftschiff. Wir sind weit geflogen über den Schnee und das Meer. Um pünktlich in Kirchen unsere Geschenke abzulegen. Da freuen sich nicht nur die Lieder. Weihnachten ist gerettet. Wir wünschen euch eines Großes und immer eine Handbreite Wassermarkier. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.